Neuer Tag, neues Glück. Heute ist Sonntag, der 22. August 2021 und wir sind wieder unterwegs, unterwegs auf der dänischen Autobahn, dann jetzt gerade auf der deutschen Autobahn, wo wieder Audis mit 250 an uns vorbeibrettern, dann später Richtung Bremen, Emden, Groningen. Unser Ziel heute ist das nördliche Eiselmeer, wo wir oder ich in den vergangenen 40 Jahren immer wieder Windsport betrieben habe, Windsurfen, Katzsegeln und genau das haben wir jetzt die nächsten zwei Wochen auch wieder vor auf dem Campingplatz Holleporte in Mackum. Dort kennen wir die örtliche Surf- und Segelschule, Surf and Sail und dort haben wir beschlossen, dass wir uns das Material und die Kurse buchen, auf die wir Bock haben. Und das könnte im konkreten Fall jetzt heißen, Samira leiht sich eine komplette fortgeschrittenen Windsurf-Ausrüstung und wir buchen insgesamt 10 Stunden Kat-Fahren mit K1, K2, K3, je nach Lust und Laune. Und das gefällt uns. Aktuell stehe ich hier dumm in der Gegend rum, denn wir hatten gleich heute Morgen um 6 Uhr bei der Abfahrt Probleme mit dem Blinker am Hänger und wenn ein Blinker am Trailer nicht geht, ist das einfach scheiße. Und ein netter Camper-Kumpan-Nachbar auf dem Camping in La Colque hat uns für 6 Euro eine kleine neue Flasche WD40 verkauft und damit habe ich jetzt alle Stecker und Adapter durchgespült. Und jetzt aktuell geht gerade der Blinker wieder, dabei stelle ich dann mal so eben fest, dass vorne rechts das Fahrlicht futsch ist. Samira ist gerade in der Tankstelle und besorgt uns zwei Ersatzbirnen. War blöd, dass wir in der neuen Karre hier in unserem neuen Dacia, dass da überhaupt kein Ersatzbärnchen dabei haben. Das ist, je nachdem wo man sich gerade aufhält, unterwegs immer ziemlich blöd. Aber ich hoffe, Samira bekommt Ersatzfahrlichtbirne für dieses Auto. Und vor uns ist eine dunkle Wolkenfront. Wir sind etwa 80 Kilometer vor Hamburg. Nadelöhr-Elbtunnel dürfte am Sonntagvormittag kein Problem sein. Aber dann beginnt Dauerregen, der auch anhält in Holland bis heute Abend. Und wir sind sehr gespannt, ob wir in Holland auf dem Camping-Holleporte überhaupt einen Platz bekommen. Wir haben nicht gebucht. Wir haben keine Ahnung, wie überlaufen holländische Campingplätze aktuell sind. Wir wissen nur, dass insgesamt Campingplätze in Europa total voll sind, total gerne angesteuert werden. Denn in La Corque war jetzt am letzten Wochenende der Teufel los. Alle Plätze ausgebucht. Das lag allerdings an dem Röme, Röme, Röme Oldtimer Festival, was von Freitag bis heute dort stattfindet. Und deshalb war es jetzt gut, dass wir die Kurve kratzen. Außerdem ist mein Kitepacki, mein Strandsegler-Virus, LJ-Virus, tatsächlich am Arsch. Er ist ein tragendes Teil, ist gebrochen. Und ich hoffe, dass ich in Holland in einer Werft am Hafen von Mackum meinen Kitepacki wieder zusammenschweißen lassen kann mit Edelstahl-Schweißerei. Okay, dann werde ich in Kürze oder wir werden in Kürze weiterberichten. Neuer Tag, neues Glück. Und wir hoffen, dass wir wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind.